Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von The Last Campfire. Hier sind wir wieder am Spar- am Start, wollte ich sagen. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir machen sofort weiter. Obwohl ich noch über etwas anderes rede. Wieso spawne ich eigentlich hier unten? Tidim. Ähm, ich wollte eigentlich über etwas anderes reden. Und zwar ist es nämlich so, dass ich Windbound nur für 2 Stunden gespielt habe. Und es hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen wollte ich Windbound zurückgeben, weil, ja, ich mochte es halt einfach nicht. Windbound hat nicht so viel Spaß gemacht wie beispielsweise jetzt hier The Last Campfire. Deswegen spielen wir The Last Campfire weiter und Windbound nicht. Das kleine Problem ist aber dann nun, ähm, dass halt Steam, Windbound, also Steam zeigt an, dass ich Windbound für 7 Stunden gespielt habe. Und dann dachte ich mir so, wait. Hab ich nicht. Ich hab eine Folge aufgenommen, die 1 Stunde 50 Minuten ist, das Spiel geschlossen. Jetzt steht da 7 Stunden. Und ich kann das Spiel nicht zurückgeben. Und ich bin nicht rich. Ich will meine 30 Euro wieder haben. Ja, ich hab jetzt gerade eine Anfrage geschickt und mein Problem erklärt, aber, äh. Äh, ja. Ich möchte 30 Euro zurückhaben. Weil. Was ist denn jetzt hier los? Wieso wird es so dunkel? Ähm, jedenfalls. Ich wollte das jetzt nur kurz nochmal sagen. Ähm. Das fuckt mich schon ein bisschen ab. Und ich weiß, dass als ich das Spiel geschlossen hatte, da stand Spielzeit 2 Stunden. Ich hab extra darauf geachtet, dass ich nicht über 2 Stunden spiele beim ersten Mal. Das mach ich immer so. Und danach überlege ich's mir, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das Spiel haben möchte oder nicht, dann mach ich das immer so. Zum Beispiel bei Mortal Shale hab ich's nicht gemacht. Da hab ich sofort 4 Stunden gespielt oder so. Aber da war ich mir nicht sicher, ob ich's weiterspielen möchte. Und hab's dann überlegt. Und hab mir dann gedacht, nee, dann spielen wir The Last Camp Fire. Ja, also was soll ich sagen. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich hoffe, ich krieg das Spiel trotzdem zurückerstattet. Dann hab ich mich umsonst... Ähm. Würde ich sagen. Dann hab ich mich umsonst aufgeregt. Über Steam. Dass die einfach 7 Stunden zählen. Die wollen einfach nicht, dass das Spiel zurückgebe. Das Spiel ist kacke. Fand ich bisher. Also eine Stunde hat Spaß gemacht. Danach wurde anstrengend. Die habt ihr gar nicht gesehen. Die eine Stunde, die anstrengend war. Die hab ich gar nicht hochgeladen. Äh. Achso. Oh, lol. Das ist ein riesiger Dude. Lol. Ich dachte, ich kann mit dem reden. Okay. Naja. Oh. Interessant. Hä? Ja, der bewegt sich einfach so immer. Oh. Hier muss ich so ein bisschen timen, richtig, denke ich. Mein Handy bimmelt die ganze Zeit. Es wirkt so, als müsste ich das jetzt anfangen, richtig zu timen. So. Ich denke mal, wir müssen das zurückbringen. Genau. Ja, ja. Ne, so machen wir das ganz bestimmt nicht. So. Aufpassen. Das war doch nur ein kleines Witzelchen. Ich bin bis... Ja, scheiße. Bisschen zu weit gelaufen. Kacke. Okay. Dann nochmal. Dankeschön. Das Blaulicht bringen wir schon zurück. So. Warum das denn? Oh, das war Klaus. Damit haben wir die zwei. Jetzt kommt... Der letzte. Der wohl am einfachsten ist. Gut. Bitteschön. Wollen wir mal, was müssen wir damit machen? Geh ich jetzt raus? Hä? Ja, ich wollte ihm doch Feuer geben. Das Ding ist wieder da unten. Hallo? Ich konnte damit gar nicht interagieren. Hä? Ich wollte doch das Feuer da anmachen. Was soll denn das? Oh. So. Ich meine, es ist nicht anstrengend oder schwierig. Aber das verwirrt mich ein bisschen. Ja, ja, ja. Animesion brauchen wir nicht. Komm. Hatten wir schon gesehen. Übrigens, die Entwickler von diesem Spiel arbeiten an einem neuen Spiel wieder. Das soll so ein bisschen... Die Entwickler hatten ja... Hello Games ist das. Das sind die Entwickler von No Man's Sky. Die hatten jetzt nämlich vor... Äh, noch ein Spiel zu machen, das nicht so klein ist wie die Last Kämpfer, sondern auf der Größe wie... Ähm... So was auf... Auf Höhe von... Äh... No Man's Sky zu machen. So ungefähr. Ja, was soll ich denn damit machen? Hä? Ich hab jetzt nicht perfekt zugehört, was die gesagt hat, weil ich grad in meinen Gedanken ein bisschen woanders war noch. Aber was brauche ich denn das Feuer jetzt für? Ja. Lol. Können wir nicht... Ne, in dem Tag können wir nicht... Ne. Mit dem Kessel können wir nicht interagieren. War da unten noch was anderes? Bin ich ein bisschen verwirrt, bin ich ehrlich. Ne, der ist doch nix. Sie mussten doch nur das... Hä? Hier ist nix. Was sollten wir denn machen? Mit dem Feuer jetzt. Ich hatte jetzt nicht perfekt zugehört. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Hätte ich vielleicht machen sollen. Aber... Hä? Ich verstehe das gar nicht. Ah, wait. Hatten wir mit dem geredet ohne... Und das auf den Boden gelegen? Das kann natürlich sein. Wow, ich bin geistig behindert einfach nur. Ich schwöre. Einfach los, Digga. Das ist ne fucking Schildkröte? What? Der Koeck sprach soviel. Oh, hallo, kleine Junge. Ich habe dich nicht gesehen. Ich muss mich für einen Moment verliebt. Ja. Was kochst du? Es ist mein neues Koepp-Rezept. Aber es ist nicht bereit. Es ist nicht fertig. Mh, ein wundervoller Schmell wufft es nach Ember. Es ist lecker, ja. Habe ein bisschen Tastung. Aber es ist nicht richtig. Es war das most beautiful Tastung, Ember hat niemals gepflegt. Ich weiß. Es hat keinen Schlauch. Nichts Besonderes. Ember wünscht, der Koeck würde ihnen glauben. Könnte ich noch mehr haben? Oh, ich habe vergessen, wie gut es fühlt, die Führungspfunk. Aber es ist nicht bereit. Es gibt keine Chance, es ist nur für mich besser zu fühlen. Die Koeck haben ihren Koepp-Rezept schauten an Ember, schauten an ihre Pote, schütteln, denken, schnell, vielleicht. Oh, ich habe das lieb. Ich will nur gut sein. Aber es fühlt sich, als ob ich die gleichen Dinge immer und immer machen. Das Ding hat Flavor. Ich bin dran. Vom Obst teilen? Waren wir das schon? Ne, ne? Der Obstteilenschlüssel. Sieh, wenn irgendwas left ist. Aber ich versuche dir, es wird nicht sein. Okay. Ähm, ja, dann müssen wir uns wohl nach dem Obstteilenschlüssel umsehen. Irgendeine Tür werden wir wohl schon noch öffnen können. So. Ah, Y war es, ne? Genau. Ah, so. There we go. So, so, dann haben wir einmal das geöffnet und hier geht es woanders hin. Ja, dann gehen wir erstmal hier rein, oder? Ja, wir gehen hier erstmal runter. Ne, doch. Hier kann man runter. irgendeinen Grund wird das doch wohl hier schon haben, oder? Hm. Diese, diese Fläche sieht komisch aus. Sieht also aus, als würde die auch so ein bisschen leuchten. Naja. Äh, dann gehen wir hier rein. Hallo? Okay. Das war ein dicker Reinschiss. Ja, geradeaus nicht. Oh. Scheiße. Ah. Ich bin kurz ein bisschen laut geworden. Ne, meine Taktik hat sich nicht, ist nicht aufgegangen. Hä? Wait. Aber wenn man von hier gerade aus rausspringt, fällt man auch durch. Aha. Das geht aber. ja, entweder müssen wir jetzt zurück. Hä? Hier steht das Rätsel nicht. Aber wir machen es einfach mal. Nee, so auch nicht. Aber der Anfang muss doch schon richtig sein, oder? Also hier hin. Können wir links? Ja. Nee, das geht nicht. Und da können wir, also da können wir auf jeden Fall nicht drauf. Nee, so auch nicht. Okay. Ich erkenne auch leider kein Muster drin. Was ist, wenn wir denn von hier kommen? Ich dachte, vielleicht muss man die immer abwechseln, oder so. Aber nee, das macht ja auch keinen Sinn. Hä? Ich verstehe das nicht. Gibt es hier einen Geheimtrick, oder so? Oh. Hier falle ich jetzt runter. Warum? Da muss ich ja von der Seite kommen, oder nicht? Das geht nicht. Ich kann nicht von der Seite kommen. Ups. Hä? Wir machen so, 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 so. Nee. Auch nicht. Dann kommen wir von oben. So, so, so. Nee, das auch nicht. Darf man nicht zweit? Nee, aber das macht ja auch keinen Sinn. Auch wieder nicht. Boah, das verwirrt mich sehr. das geht auch nicht. Interessant. Wie muss man das denn machen? Ich habe gerade vielleicht... Erkenne ich da irgendein Muster drin? Nee. Ich weiß nicht, ob welchen Weg ich jetzt schon hatte, oder nicht. Das ist sehr verwirrend. da kann man auf jeden Fall gar nicht drauf. Kann man sich schon mal merken, egal von wo man startet. Nee, ich, ich dachte, ich hatte gerade, ich hatte gerade Hoffnung, bin ich ehrlich. Ey, ich wollte... Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Also Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte. Das ist es. Schildkröte? Frosch, Frosch, Schildkröte. Frosch, Frosch, Schildkröte. Frosch, Frosch, Nee. Fuck. Ja, und dann fallen wir. Okay, okay. Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte. Wie kann man das machen? Das ist eine gute Frosch. Wir müssen von oben kommen. Ja. Schildkröte, Frosch, Frosch. Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte. Jawoll, Ski. Äh. Jetzt hatte ich es gecheckt. Kleiner Leg. Huch. Jiii. Äh. Achso. Oh, wait. Kümmern wir uns erst mal um das Ding. Oh. Lord. Achso, das... Das sind... Ah, lol. Das ist ein Spiegel. Oh. Wir müssen den so hinstellen. Ja. Jetzt der letzte. Ähm. Wohin soll er denn... Das dahin soll er schon zeigen. Okay. Nee. Jetzt. There we go. Aha. Big Brain hier am Start. Gut, dass ich rausgegangen bin und dann nochmal das mit dem fröschen Schildkröte nochmal gesehen hatte. Und so. Dankeschön. Ich war solche Räte wie gerade mochte ich. Die waren nicht zu schwer, aber die waren auch nicht zu einfach. Oder ich war einfach zu dumm. Das kann natürlich auch sein. So, gelb-grün bist du. Hm. Gute Frage. Ah, dankeschön, dass hier alles jetzt clean ist. Ich mag dieses Schildkröte. Ich bin wirklich ein Fan von diesem Schildkröte. Äh, so. Dann geht's weiter. Okay. Man muss ja immer sicher gehen, ne? So ist ja nicht. So, hallo. Ah, wie geht's dir denn? Jo, so ein bisschen bin ich so. Ich mag dich auch. Äh, ich würde sagen, wir gehen hier entlang. Ach. Hier war... Ah, hier war Mr. Frosch. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, wie ich hier hingekommen bin. Ja, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, mein Freund. Vier Tage oder so. Deswegen. Dieses Ganze hier war ich mir nicht mehr. Ist das der Obstheim? Aber hier gab's keine Tür, oder? Ich erinnere mich jedenfalls an keine. Oh. Jetzt können wir die Kacke bewegen. Konnten wir das nicht schon vorher? Ach so. Wait. Falsch. Falsch bewegt. Grab den jetzt. Genau, dahin. Wait, dann können wir auch... Uh, können wir uns vielleicht damit selber auch bewegen? Hat er da eigentlich nicht vorher den Fernseher auch gefressen? Naja. Können wir hier drauf stehen? Ja, den Koch kennen wir ja jetzt auch schon. Ah, das geht nicht. Ah. Ja, jetzt können wir es... Ja, gut. Dann nicht. Haben sie dran gesagt. Okay. Ja, dann gehen wir hier hoch und wieder zurück, oder? Sonst klettern wir einfach... Ah, nee. Waren wir hier schon? Boah, weiß ich gar nicht. Und da konnte ich irgendwas... Das ist der Sumpfrand. Nee, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Und hier konnte ich auch irgendwas machen. Lol. Sowas hatte ich doch vorhin auch schon gesehen. Gerade eben. Sag nicht, die holen immer diese Dinger raus. Lol. Okay. Wait, da müssen wir ja auch noch... Sehe ich ja jetzt erst. Machen wir noch. Hm. Ich würde erstmal an den Sumpf gehen. Keine Ahnung. Nee, den Sumpf wollten wir nicht gehen. Wir wollten erst da hinten weitermachen. Hey, es sind unendlich Wege, sehe ich gerade. Was man auch machen kann. Ähm. Aber nach rechts zu gehen würde jetzt auch keinen Sinn machen. Nee, nee, nee. Da machen wir alles links fertig. Dann machen wir das zuerst. Gucken wir mal hier. Der Sumpfrand. Hallo. Ähm. Ähm. Ah nee, hier waren wir doch schon. Doch, doch. Ah, Lul. Und dann sind wir gerade ausgegangen und da hingekommen. Ach so. Ja, nee, Daten. Ja, dann ist rechts schon richtig. Dann gehen wir schon rechts. Und von rechts dann wieder zurück, sozusagen. Ja, gut. Dann machen wir das bloß so. Hinten sehe ich gerade übrigens was. Aber ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Deswegen lassen wir es erstmal da stehen. Die springen einmal über den Dude rüber. Von hier kamen wir. Ja. Dann gehen wir hier entlang. Und hier haben wir bestimmt das Lagerfeuer. Hallo. Oh. Angezündet. Ja, Mr. Geist. Hallo. Wo bin ich? This is the hollow marsh. Here hope was consumed before it could flourish. You must not lose hope. Or you too will turn forlorn. Ember thought of those they loved. Those they'd left behind. Ich möchte weiter machen. The forest king watches the doors. Ah, okay. The campfire will light the way. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Mach. Tschüss. Ja, ja. Das kennen wir schon. Wait. Das Tor ist aber verschwunden. Und dann ist ein Frosch hier. Dann werden wir wohl irgendwo noch hinsetzen können. Wenn ich auch nicht weiß, wohin. Ja, lassen wir ihn erstmal da liegen. So. Aber können wir hier links weiter? Ja, dann machen wir erstmal die linken. Ach ne, hier. Ah, lol. Hier ist das Tor. Hier können wir aber noch nicht lang. Ja. Äh, wie viele brauchen wir? Also wir haben erst zwei befreit. Wir brauchen in dem Gebiet noch einige. Äh, mindestens zwei optional sind wahrscheinlich drei. Irgendwie sowas. Oder zwei habe ich schon gesehen und drei kommen noch. Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm. So, was haben wir denn jetzt hier? Da hinten? Was ist mit dem Ding? Hier. Bitteschön. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, Frosch. Ähm. Ja, dann gehen wir hier rein. Wir laufen jetzt im Moment gerade in der Folge relativ viel rum. Aber, äh, ja. Hm. Okay. Das Ding können wir auf jeden Fall bewegen. Nicht mit uns drauf. Ja, ich denke mal, wir müssen von der anderen Seite kommen, ne? Was ist das hier? Ah. Schau mal einer an. Können wir hier hoch? Da ist auf jeden Fall ein Tor. Ja. Ja, und wie bringen wir das jetzt runter? Können wir das erzählen? Ja. Ja, vielleicht müssen wir damit was hochbringen und nicht runter. Und nicht selber runter. Denke ich mal. Wait. What? Hier muss wahrscheinlich ein Stein zwischen. Den wir damit hochbringen können. Mhm. Bringen wir das Ding mal kurz wieder runter. Und dann können wir da ja auch langrennen. So. Ah, okay. Ah, wir können hier durch. Das können wir ganz nach unten bringen. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie runter finden. Da. Genau. Vielleicht müssen wir hier... Können wir hier hinlaufen? Ne, das so. Ne, so können wir auch nicht hoch. Was haben wir denn hier? Was habe ich jetzt gemacht? Oh. Hallo? Das ist interessant. Weil hier hoch können wir nicht. Das hilft ja nichts. Wir können ja damit nichts machen. Hier hinten auch nicht, ne? Hä? Ne. Was ist denn jetzt los? Nicht so weit weg, oder was? Ja, hier hin. Interessant. Hä? Hä? Das verminiert mich jetzt schon ein bisschen, bin ich ehrlich. Weil das hilft uns nicht. Das auch nicht. Weil wir kommen hier nicht hoch. Komisch. Und was ist denn mit dem Frosch? Weiß ich auch nicht. Hä? Wir können den jetzt halt runter bringen. Aber bringt uns das was? Oder hoch bringen? Brauchen wir den Frosch? Keine Ahnung. Däger, aber ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Können wir das öffnen? Ja, der Schlüssel haben wir. Ups, dein Schlüssel. So, Tür ist offen. So, hallo? Also, irgendwas mit dem Horn da unten, aber ich glaube, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an, oder? Irgendwas mit dem Horn da unten hat es zu tun. Das gucken wir nochmal kurz. Ah, wait. Ah, nee. Die können wir nicht bewegen. Ich dachte schon. Wait a minute. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Aber hier ist... Nee. Irgendwas muss ich übersehen. Nur weiß ich nicht was. Und irgendwas hat das Horn doch gemacht. Oh mein Gott. Ich bin einfach ein geistig binnderter Mensch. Ich schwöre bei allem, was ich... Oh, no way. Wie kann... Wie kann man... Wie... Wie? Warum? Wie... Wie kann man so lost sein? Wirklich? Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Na gut. Jetzt müssen wir mal... Lul, man kann den hier drauf... Man kann die da drauf ballern? Lul. Okay. Digger... Okay, nein. Wir machen dieses eine kleine Rätsel. Ja. Das machen wir noch kurz. Digger... Einfach geistig behindert. Ja. Das Zündholz... Ja, machen wir. Jedes Feuer anzünden. A Stranger puzzled over their journey. Some steps felt effortless. Some steps seemed impossible. Again and again they returned to the past. Nee. Ja, so muss ich's machen. Ich muss den jetzt nur angezündet bekommen. Interessant. Hm. There we go. Okay. Nee, so nicht. Eichen. Shit. Wir müssen was von hier kommen. Heißt. Am besten... Wir wollen so... Nee, so auch nicht. Nee. Shit. Auch nicht so. Interesting. Ich bin grad noch mal überlegen. Wie genau muss ich das Feuer jetzt bewegen? Nee. Gör... Nee. 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 Nee Auch nicht so Wie? Auch nicht so Scheiße Warte mal Also wir müssen eins weiter rechts stehen Links meine ich Ja ist dann wohl am besten Das so zu machen Nee aber so ist das ja auch nicht Hier muss der gerade stehen So jetzt Bin einfach los Digga Heute ist nicht mein Tag Glaube ich Aber wir haben es geschafft So Und der letzte verloren Für heute Hallo Yo, gein Problem, bro. Too easy for me. Das kickt mich natürlich runter. Tschüss. Weil, das müssen wir hier jetzt wieder wegbewegen gleich. So, ich... Nein, eigentlich wollten wir aufhören. Aber, äh, ja. So, kleiner Cut. Aber ich wollte ja sowieso nur noch abmoderieren. Das war's für diese Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Viel Spaß noch beim Zocken. Vielleicht spielt ihr ja auch The Last Camp Fire. Dann würde ich sagen, sehen wir's beim nächsten Mal. Hier mit unserem gelb-grünen Freund. Haut rein und ciao.